hallo schön dass sie da sind ich habe was ich habe es wirklich toll ist für sie kennen sie treiber treiber das sind meine meine reisegurus im internet ich mag die wirklich wissen sie ich reise ganz viel geschäftlich und privat und natürlich buche ich mir viele selber aber manchmal manchmal da habe ich einfach nicht die zeit oder den nerv mir alles selber zusammen zu suchen und dafür gibt es treiber wirklich genial treiber da gehe ich einfach auf treiber und suche mir den richtigen experten zum beispiel für eine das wäre was für meine frau finden yoga urlaub in indien da suche ich mir den richtigen experten und er macht mir das dann zum beispiel die helen aus aus berlin oder kayetan das sieht richtig kompetent aus ein fünf sterne berater ganz tolle feedbacks ich sage also dem kayetan per chat oder per video call was ich brauche und dann schiebe ich ihm noch kurz meine daten rüber und dann hat er alles was er braucht und eine halbe stunde später ist alles erledigt und ganz ehrlich das ist immer besser und billiger als ich selber hingekriegt hätte ziemlich coole sache treiber ich